Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich eine weitere Episode von The WhatsApp Prank drehen. Also, ihr habt gerade gehört, wie auf dem Titel steht, ich will eine weitere Episode von The WhatsApp Prank drehen. Und zwar mit dem Lied Mark Forster und diesem Grosch. Und ich habe hier schon eine Person angeschrieben mit Hey und die Person hat mit Zurück Hey geschrieben. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir reden einfach schon direkt mit dem Text, oder? Immer da, wenn alle Stricke reißen. Was? Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Okay. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Alles okay mit dir? Ähm, ich weiß es nicht. Ist mit mir echt okay? Fahrrad aus dem Park ist morgen früh zurück. Hast du ein Fahrrad geklaut, oder was geht ab? Alles klar, ich habe auf jeden Fall ein Fahrrad geklaut, Mann. Digga, was denkt die von mir? Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Ich schreibe so gerne Sprüche. Äh, ich weiß nicht, weiß die jetzt, dass ich pranken will? Ich glaube nicht. Okay, wir machen einfach weiter. Sag nix hält für immer, ey, warum denn nicht? Ja, finde ich auch. Hä, what the fuck? Was sagt der Rest der Bann? Macht das Sinn? Äh, keine Ahnung, Alter. Hast du was genommen? Sehe ich irgendwie so aus, als würde ich Drogen nehmen? Ist wahr, weiß ich morgen. Geht's dir gut. Okay, komm lass dahin. Wohin? Wir können das Bub selber schreiben. Boah, Niklas, lass den Scheiß. Hahaha. Oh Mann. Es gibt genug freie Zeiten. Niklas, das ist echt nicht witzig. Für immer bunte Zeiten. Was für bunte Zeiten, hast du was getrunken? Alles klar, wahrscheinlich habe ich was getrunken. Ich bin 13. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Was? Niklas, hör auf. Was? Mit was soll ich aufhören? Okay. Ach, mit Bracken? Warte mal, weiß ihr das jetzt? Oder ich bin mir nicht sicher, ob sie es weiß. Egal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht weiß ich auch nicht und dann lösen wir zu früh auf. You know? Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Ist du behindert? Alter. Gewinn alles und geh K.O. Niklas, willst du mich verarschen? Vielleicht? Wir blischen auf, lass die Leiden los. Niklas, gib mal normale Antworten und lass diese Scheiß-Kack-Sprüche. Welt ist klein, wir sind groß. Ernsthaft? Okay, ich würde sagen, wir lösen es auf. Falls es zu klein war, lass mich in den Kommentaren wissen und dann werde ich den nächsten What's a Prank fünf Jahre lang machen. Hey, ähm, such mal nach dem Lied. Mark Forster, wir sind groß. Dass du ernsthaft auf den Prank reingefallen bist, hätte ich nicht gedacht. Abschicken. So, mal gucken, was ihr dazu jetzt sagen würdet. Und, ähm, ja. Ach komm, f*** dich. Oh, scheiße. Am Ende würde ich einfach mal wieder sagen, ein Herzchen. Und, ähm, ja, gut, hab ich gesagt. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch sehr freuen. Auf jeden Fall, wenn dieses Video hier tausend Likes bekommt, tausend, ja, würde ich sagen, produziere ich eine fünfte Folge von The What's a Prank. Also, ihr wisst, was ihr tun müsst, um noch eine fünfte Folge zu bekommen. Und jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.